Ich bin unterwegs in einem halb und leeren Zug, um das Projekt Village Office zu anschauen. Normalerweise, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, bin ich in einem vollen Zug, weil ich am Pendeln bin und Village Office zeigt die Möglichkeit, wie man das Problem lösen kann. Coworking kommt daraus aus, dass man, wenn man flexibel arbeitet oder ein Freelancer ist und alleine arbeitet, dass man einen sozialen Rahmen für den Arbeitsplatz hat. Zuhause ist auch die Training von Arbeit und Freizeit, die sehr wichtig ist, dass man irgendeinen Schnitt hat. Aber dieser Schnitt muss nicht immer um 60 Kilometer sein oder eine Stunde pendeln, sondern vielleicht eben mit dem Velo fünf, zehn Minuten in die Stadt. Das Städtchen an sich für Anwohnen ist ein wichtiger Platz. Und den wollen wir stärker gefördert. Der eine nach dem anderen hat zugemacht. Und da finde ich auch, dass wir versuchen, zu stoppen, dass wir wieder hier wohnen, arbeiten, leben. Das sind jetzt seit 2003 dabei, mal mehr, mal weniger das Areal weiterzuentwickeln. Mit verschiedenen Ansätzen und Ideen auch zu sagen, quasi arbeiten und wohnen ist so ein Stichwort schon ganz früh drin gewesen. Und dann ist dieser Coworking-Space-Impuls gekommen. Wir haben so gesagt, wow, das ist es ja. Also wir haben hier schon, sagen wir mal, Gastronomie und Sitzen, also der Begegnungsbereich, der ist schon da, alles eingerichtet, von uns finanziert. Und jetzt können wir das Areal nutzen und die Leute zusammenbringen. Wir haben gesagt, du hast im Grafico, wo du mir dann relativ gut erklären kannst, was hier abgeht. Jetzt sehe ich hier eine grosse Stadt, ich sehe eine kleinere Gemeinde. Ich denke, das könnte wahrscheinlich Arbon sein, oder? Absolut. Und die Situation heute ist ja so, dass viele Leute von Arbon und Romanshorn in eine grossen Städte perlten. So. Aha. Es gibt auch andere Leute, wo jetzt zum Beispiel Rockwil ist in der Nähe, oder auf Arbon. Die gehen heute mit dem individuellen Verkehr, also mit dem eigenen Auto, verhandeln in die Stadt. Sie gehen aber auch heute schon auf Arbon arbeiten. So. Was wir können machen mit Village Office, ist, dass wir diesen Pfil hier, ich sage jetzt mal, leichter reduzieren. Ich stich jetzt mal bei Durstreichern, oder? Dann können wir reduzieren. Wir können auch den reduzieren, weil mit Village Office, sagen wir, es ist in diesem roten Haus hinein, können die Leute dann da rüber pendeln. Und dadurch reduziert sich das entsprechend die Pendelströme. Auf der anderen Seite haben die Leute, die in Arbon sind, die bleiben in Arbon selber. Und können in Arbon in diesem Sinne arbeiten. Was bedeutet denn das jetzt für die Region selber? Ja, in diesem Sinne sehe ich natürlich das Potenzial als Verkehrs- und Zeitungsplaner von einer Agglomeration. Dass wir es schaffen, um die vollen Busse und die vollen Züge zu reduzieren. Und die Leute vermehrt eben im Village Office arbeiten und weniger Pendlerverkehr machen müssen. Und vor allem weniger Pendlerverkehr zu dieser Zeit, wo alle anderen auch unterwegs sind. Sondern dass man vielleicht auch unter den Tagen unterwegs ist und für ein Meeting noch ganz gezielt auf Zürich fährt oder auf St. Galen in die grössere Stadt. Und dann haben wir es eigentlich noch nicht unbedingt gebraucht, den Austausch in der Firma oder mit Partnern der Firma. Dass wir dann auch im Village Office arbeiten können. Was sind für dich die grossen Vorteile jetzt hier zu arbeiten? Wir sind ein Start-up und das ist natürlich eines ein Kosten-Thema. Also es ist günstiger, um sich in einem bestehenden Office einzumieten, wo man einen Teil der Kosten trägt und nicht alles alleine tragen muss. Das zweite ist, wenn man als Start-up arbeitet, ist man immer mit seinen eigenen Themen beschäftigt. Und in einem so einem Village Office hat man gleich mal die Möglichkeit, im Pausen oder Mittag mal über andere Sachen zu diskutieren, sodass das Dach nicht ganz auf den Kopf fällt. Also unser Büro in der Schweiz ist in Baden. Das heisst, für mich ist es nicht mehr praktisch, um das Büro zu gehen und zu arbeiten. Darum habe ich eine Alternative gesucht und bin jetzt in dem Coworking-Stacing. Dann packe ich jetzt meine Sachen zusammen und wir gehen wieder auf den Zug.